Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Unterserie im Bereich Machine Learning. Heute starten wir mit den neuronalen Netzen. Wahrscheinlich das Thema, auf das die meisten von euch am meisten gewartet haben und wahrscheinlich wird es auch das größte Thema werden. Gut, warum erst so spät? Naja, es ist halt ein schweres Thema und, also zumindest wenn man die sehr fortgeschrittenen Themen anguckt und teilweise wird man auch viel Vorwissen brauchen aus den anderen Themen von Machine Learning, die ich hier schon veröffentlicht habe. Also zum Beispiel AlphaGo, man hört immer nur Deep Neuronal Net oder sowas, bla bla bla. Ja, braucht man eigentlich trotzdem nicht nur von neuronalen Netzen zu sprechen, denn AlphaGo hat auch stark mit Bäumen gearbeitet und vor allem mit Reinforcement Learning. Das heißt, ihr braucht Vorwissen im Bereich der Bäume und im Bereich der vor allem Reinforcement Learning. Und wenn man sich dann das so anguckt, okay, neuronale Netze sind zwar schön und gut, aber man kombiniert sie sehr gerne mit irgendwelchen anderen Lernverfahren und dann werden sie erst richtig OP. Deswegen, ja, ähm, deswegen kommt neuronale Netze erst zu spät. Okay, fangen wir direkt mal an heute und zwar die Grundlage von neuronalen Netzen sind die Neuronen. Und die Neuronen sind eigentlich eher Perzeptronen. Das heißt, ja, wir haben eigentlich bei neuronalen Netzen extrem viele von diesen Perzeptronen, die ich hier schon mal hingezeichnet habe, die dann wiederum parallel arbeiten, sozusagen wie in unserem Gehirn. Wir haben viele verschiedene Prozessoren in unserem Gehirn, nämlich die Neuronen, und die kommunizieren ganz krass miteinander. Ähm, anders wie wir das bisher gelernt haben von einem normalen Rechner, da ist es eher so, dass wir wenige Prozessoren haben. Meiner hat gerade mal acht und das ist schon mehr oder weniger viel. Ähm, und wir haben aber recht wenig Kommunikation auch innerhalb dieser Prozessoren. Aber die Dinger sind mega leistungsfähig. Bei den Neuronen ist es gerade andersrum. Die sind nicht so leistungsfähig, aber sie kommunizieren viel und wir haben viele davon. So wie in unserem Gehirn eben auch. So, okay, ähm, noch eine wichtige Sache. Wir können in neuronalen Netzen nicht einfach sagen, okay, wir packen jetzt da Wissen rein und das ist dann halt so, sondern wir müssen dieses Wissen antrainieren. Und das ist eben auch in unserem Gehirn so. Wir können als Baby quasi nichts außer schreien und alles andere müssen wir lernen. Also wir müssen gehen, lernen, wir müssen laufen, äh, sprechen, hören, verstehen. Alles müssen wir lernen. Und so ist es eben auch mit den neuronalen Netzen. Die sind stark in unserem Gehirn nachempfunden. Okay, Grundlage davon sind eben diese Perzeptronen. Und das ist jetzt mal ein stinknormales Perzeptronen, das man, ähm, so eigentlich überall findet. Okay, wir haben hier also mehrere, ja, fangen wir hier an. Wir haben die Summe. Die Summe über was? Naja, wir summieren über diese ganzen Input-Vektoren rauf. Das heißt, wir haben hier tatsächlich einzelne Zahlen. Also x0 ist immer auf 1 gesetzt. Das ist aber eine Ausnahme. Alles andere könnt ihr anlegen, je nachdem wie eure Vektoren, eure Feature-Vektoren aussehen. Also hier fängt es dann an mit x1 und w1. Das habe ich jetzt nicht hingeschrieben. x2, w2, x bis hin zu xn, wn. Also da habt ihr dann beliebig viele, nämlich n Stück, n plus 1 um genau zu sein. Und der erste, also der Nullte um genau zu sein, ähm, ist hier dieses x0. Und da spricht man einfach von dem Bias. Das heißt, x0 ist immer gegeben, also eine 1. Normalerweise, ähm, läuft es von 0 bis 1 durch. Und w0 wird der sogenannte Bias genannt. Das heißt, wir haben hier in der Summe dann am Ende Bias mal 1 stehen, also nur den Bias. Ähm, und wir haben hier dann x1 mal w1 plus x2 mal w2 plus und so weiter und so fort bis xn mal wn. Also je nachdem wie viele Features ihr hier anlegt, desto mehr muss dann halt die Summe arbeiten. Ist aber nicht so schlimm. Ich meine, Summe ist jetzt nicht wirklich anstrengend. Und xn mal wn ist zwar eine Multiplikation, ist aber auch nicht wirklich anstrengend. Okay, hier einfach aufsummieren über diese ganzen Input-Dinger hier. Und dann wird diese Summe weiterverarbeitet durch eine Funktion phi. Und das ist die Funktion, wo sich sehr, sehr stark die einzelnen Perzeptron-Arten oder Neuronen-Arten unterscheiden. Ähm, da werde ich dann aber noch gesondert drauf eingehen. Da werde ich wahrscheinlich zu jedem von den Dingern ein eigenes Video machen müssen. Ähm, phi könnt ihr euch jetzt einfach mal so vorstellen am Anfang. Wir nehmen phi-step, also die normale Funktion. Falls diese Summe hier am Ende größer als 0 ist, also wenn jetzt hier wn zum Beispiel negativ ist, dann haben wir hier was, was abgezogen wird im Endeffekt. Und falls das Ergebnis von dieser Summe im Ganzen größer als 0 ist, dann kommt hier eine 1 raus bei phi. Falls es kleiner oder gleich 0 ist, kommt eine 0 raus. Und das ist dann einfach unsere Ausgabe. Das heißt unser y. Unsere Klassifikation gehört zu der Klasse, falls die Summe hier größer als 0 ist. Oder es gehört nicht zu der Klasse, falls es echt kleiner oder gleich 0 ist. Ja, also y berechnet sich einfach durch dieses phi und phi geht über diese Summe. Und die Summe ist einfach über jeden von diesen Eingabe-Vektoren hier. Gut, das ist im Prinzip ein Rosenblatt-Perzeptron gewesen, ein ganz normales Standard. Rosenblatt-Perzeptron ist auch schon ein Klassifikator und zwar ein linearer Klassifikator, der eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Also hier kann ich jetzt ein paar Features angeben und am Ende kommt eine Klassifikation raus, gehört zu der Klasse oder gehört nicht zu der Klasse. Ja, trainiert wird in diesem Fall dann überwacht. Das heißt, wir haben hier ein paar Features. Also wir haben Eingabe-Vektoren x1 bis xn, die Gewichte w, weight, w, also weight im Englischen schreibt man mit w, deswegen steht hier übrigens ein w. Und meine Inputs sind hier diese x. Die x lege ich einfach an, die w sind mir unbekannt, die initialisiere ich erstmal noch zufällig. Ich werde euch dann auch noch was über die Initialisierung von diesen Vektoren w hier zeigen. Das heißt, ich lege hier meine Features x an, meine w sind mir unbekannt, meine Summe kann ich einfach berechnen, mein phi ist mir bekannt und mein y ist mir auch bekannt. Und dann trainiere ich eben überwacht. Ich habe die x und ich habe die y. Ich trainiere also diese Gewichte hier. Wie wir das machen, werden wir uns noch angucken. Okay, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen als Input so und als Intro vor allem für neuronale Netze. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Like nicht vergessen, subscribe sowieso nicht und ja, Kommentare dürft ihr auch jederzeit loswerden. Okay, bis die Tage. Ciao.